Ich sage erstmal herzlich willkommen bei uns im Donut-TV-Studio, Herr Brunold. Es ist knapp zwei Wochen her, da hieß es, Sie möchten nicht mehr zum Landeschef im Mai kandidieren. Was hat den Grund den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, jetzt ist Schluss? Ich gehöre dem SPD-Landesvorstand jetzt 24 Jahre an, acht Jahre als Vorsitzender. Und ich habe mir überlegt, was ist die beste Aufstellung für die SPD 2018? Und ich glaube, dass wir mit einer kompetenten, sympathischen und wirklich guten Frau wie Natascha Kohnen bessere Chancen haben bei den Landtagswahlen, dort der CSU, dieser Macho-Männer-Partei, doch das eine oder andere Prozentpunkt abzujagen. Und das war eine Überlegung, die ich schon lange hatte. Und jetzt war es an der Zeit, die zu vollziehen. Im Mai haben wir Parteitag und Natascha Kohnen, meine bisherige Generalsekretärin, ist wirklich toll. Und ich bin mir sicher, dass sie das mindestens genauso gut, wenn nicht sogar viel besser kann als ich. Ich sehe schon, Sie rühren die Werbetrommel. Aber spricht da nicht auch ein bisschen mit, dass einige Kollegen in der Partei Zweifel daran hatten, dass Sie der richtige Mann jetzt wieder sind für die nächste Wahl? Also es gab in der SPD immer welche, die sich nie mit Namen zwar getraut haben und auch nicht direkt mir gegenüber, sondern ein bisschen feige über die Presse ohne Namensnennung und es besser wussten. Bereit, es besser zu machen, war bisher ja keiner. Und darum finde ich es gut, dass Natascha Kohnen ja auch vorgeschlagen hat, wir machen eine Urwahl und beteiligen alle Mitglieder. Und wer jetzt meint, dass er die besseren Ideen hat oder der bessere Kopf ist, der muss jetzt aufstehen. Und dann machen wir einen Wettbewerb über die besten Ideen und die besten Köpfe. Und aus dem kann eine Bayern-SPD auch gestärkt hervorgehen. Aus meiner Sicht dann mit einer Landesvorsitzenden Natascha Kohnen. Sie wirken so positiv gestimmt nach Ihrem Rücktritt, sage ich jetzt einmal. Ich war immer positiv gestimmt. Die SPD ist im Moment absolut in einer, ich sage einmal, auf der Euphoriewelle. Wie erklären Sie sich den Schulzeffekt? Viele Menschen spüren, dass es in unserer Gesellschaft nicht gerecht zugeht. Und viele haben eine Kanzlerin satt, die nicht Mu und nicht Meh sagt, die nie eine klare Aussage trifft. Und Martin Schulz ist ein Kontrastprogramm, der einfach klipp und klar sagt, das und das geht schief in unserem Land und das müssen wir so und so ändern. Also er ist ja Niederbayern im Geiste und deswegen ist er bei unserem politischen Aschermittwoch ja auch genau am richtigen Platz, weil Niederbayern mögen das Grad raus sei, das Direkte, das ein bisschen auf den Tisch hauen und das kann der Martin Schulz super und deswegen freue ich mich, dass er bei uns ist. Er ist ja nicht das erste Mal in Vilshofen, er war ja doch schon öfter da. Was erwarten Sie sich heuer für seinen Auftritt? Wir haben eine Besonderheit. Wir haben nicht nur Martin Schulz als zukünftigen Kanzler, wir haben auch einen amtierenden Kanzler da, nämlich den Christian Kern von Österreich. Wir wollten diesmal grenzübergreifend etwas machen, weil wir deutlich machen wollten, dass Europa auch zusammenhalten muss, dass ein Zaun drumherum, um jedes einzelne Land in Europa zu ziehen, uns allen schadet, gerade in Niederbayern, wo wir eine Exportnation sind, wo viele Arbeitsplätze davon abhängen, dass es ein starkes, ein weltoffenes Europa geht und deswegen haben wir Martin Schulz und Christian Kern zusammen und von dem Martin Schulz erwarte ich mir, wie die letzten Jahre auch, zündende Rede. Das kann der und es ist schon jetzt so, dass praktisch alle Sitzplätze ausverkauft sind. Wir haben noch ein paar Stehplätze und vor allem, wir haben das größte Zelt. Also über 5000 Leute werden diesmal beim politischen Aschermittwoch der SPD sein. Das ist die größte Veranstaltung in ganz Bayern, in ganz Deutschland. Ja, dann schauen wir mal auf den politischen Aschermittwoch. Wir dürfen also gespannt sein. Ich wünsche Ihnen weiterhin erst Gute und vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Ich bedanke mich für das Gespräch.